Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM21. Wir haben die letzten beiden Spiele für die noch aktuelle Saison vor uns. Rom und Inter wollen nur testen, also es ist jetzt nicht so, dass wir unglaublich krass noch auf Platz 7 pushen wollen oder so. Mal gucken, was passiert, wir nehmen es, wie es kommt. Gibt was Neues, King Koe wird kommen, wollte ich mit euch noch bestätigen, wird dann unser aktuell zumindest dritter Innenverteidiger werden. Ich hatte mir vorher nochmal die Regeln exakt durchgelesen. Ich glaube, wir werden nochmal ein Problem bekommen. Und zwar, wir dürfen zwar zwei Nicht-EU-Spieler holen, allerdings kann einer verpflichtet werden, ohne einen anderen Spieler zu ersetzen. Aber nur wenn der Spieler mindestens fünf Länderspieler bestritten hat, das hat Silla dann gemacht. Der hat schon neun Länderspieler oder so, U29 sowieso. Leider nur einer und ja, sorry, Thema trinken vom letzten Mal wieder. Einer kann verpflichtet werden, wenn einer, der Nicht-EU-Spieler entweder zu einem ausländischen Klub wechselt, seinen Vertrag ausreift oder eine EWR-Nationalität erhält. Das ist dann eher nicht der Fall. Und ich glaube, das könnte dann das Problem werden, dass wir Uribe verleihen müssen. Und das könnte vielleicht wirklich ein Problem werden. Mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal keine Rücksicht darauf. Wir wissen, dass wir eh keine Nicht-EU-Spieler verpflichten können. Von daher, ansonsten müssen wir dann ja Mona verkaufen oder was auch immer. Vielleicht kommt ja auch ein gutes Angebot rein. Wer weiß. So, rum. Und die spielen im 4-2-3-1 gegen uns. Wir spielen heute so. Probieren uns mal im 4-3-3 aus mit zwei inversen Außenstürmern. Hier habe ich da nicht das Richtige reingepackt. So. Gedanke dabei ist, dass wir halt drei sehr starke Offensive haben, während dahinter halt gut gepusht wird. Und dass drei im Mittelfeld uns hoffentlich auch gute Möglichkeiten erarbeitet. Aber mal schauen. Ich muss erstmal schauen. Das andere System, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was wir damit machen sollten. Das hat mich mit unserer Mannschaft leider überhaupt nicht überzeugt. Mal gucken, wie das jetzt mit dem 4-3-3 läuft. Generell müssen wir auch in der Vorbereitung noch viel, viel testen. Ich glaube, das 4-2-3-1 wird halt wohl immer noch das stärkste System für uns sein. Wer hätte es gedacht. Mal schauen. So. 15 Minuten sind um. 2-0 Schüsse und 0-0 aufs Tor. Wir haben eine sehr gute Passgenauigkeit, genauso wie Rom. Anscheinend viel Ballgeschiebe gerade. 62, 38 Ballbesitz. Bisher nicht wirklich was passiert gegen das 4-2-3-1 von Rom. Die auf Gengis Ünder verzichten müssen. Der hat einen Kreuzbundriss. Und wir haben die erste Szene mit Nedkov, der weiterhin übrigens nicht mit uns verlängern möchte. Ich hoffe, da geht noch was. Aber ich denke ja nicht. Start Ren hat Bock auf ihn, habe ich gesehen unter der Woche. Mal schauen, ob da ein Angebot kommt. Schöner Ball von Iusis auf Gilemenski, während Pyro auf der Tribüne ist. Kanyamuna auf Ranocchia. Oben wäre ein bisschen platt. Schön gespielt. Ah, los. Aber der Habschuss ist erst gar nichts. Aber er ist eine richtig gute Chance für uns. Zwar leider durch unseren Linksverteidiger, aber immerhin. Oh, nee. Ich dachte, da läuft vielleicht jemand durch. Kanyamuna. Schöner Ball. Und Poskus. Also der überzeugt wirklich sehr. Poskus ist einer der absoluten Lichtblicke in der Rückrunde. Wieder ein Törchen von ihm. Aber auch sehr guter Aufbau. Also wir haben uns nicht wirklich angestellt. Das war alles sehr klug gespielt. Gilemenski mit dem nächsten Assist. Also sehr, sehr schön. Bin ich selber... Da bin ich sehr zufrieden mit diesem Tor. Und mit dem Spiel generell. Bisschen. Ich meine, Rom hatte noch keinen einzigen Torschuss. Bürgt dann natürlich wieder die Gefahr, dass... Die mit dem ersten Torschuss auch gleich treffen. Ist ja auch so ein bisschen unsere Spezialität dieses Jahr. Aber sieht bisher gut aus. 1 zu 0 zur Halbzeitpause. Wären damit übrigens auch weiterhin nur auf Platz 8. Milan spielt zeitgleich auch. Liegt scheinbar hinten. Nitorino spielt. Milan spielt anscheinend auch gar nicht. Torino spielt. Die haben momentan unentschieden. Also wenn die verlieren würden... Wären wir punktgleich. Dann würde der direkte Vergleich zählen. Und da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich meine, den hätten wir gewonnen. Aber sicher bin ich mir nicht. Und man muss vor allem auch erstmal selbst gewinnen. Was schwierig werden könnte, wenn man so eine Chance zulässt. Cebo zum Glück... Äh, Schabo, sorry. Über das Tor. Der rechte Innenverteidiger bei Rom. Jetzt kommen sie ein bisschen. Kurz ausgeführt. Ronny Lopes und Pipi. Unten ist ein NKM. Riecht Nzame. Sorry. Ich kann heute den Namen nicht lesen anscheinend. Ziemlich frei. Bula. Oh, Cidimenski gut aufgepasst. Auch... Ja, okay. Äh, naja. Oh, wieder nicht aufgepasst. In Samee in die Mitte. Und Ronny Lopes. Andi Latte mit dem Kopfball. Konter Chance, Cidimenski. Ganz oben wäre Platz. Aber kann er nicht spielen. Ist auch echt schwierig zu spielen. Der geht ins Aus. 20 Minuten noch. Rom kommt jetzt so langsam ran. Hat viele Standards. Trifft diese bisher zum Glück aber noch nicht. Bonner Kassa geht raus. Ju Pauna. Ist anscheinend nicht dabei. Ist er verletzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber anscheinend schon. Dann kommt Gierczak rein. Würde mich sehr positiv stimmen, wenn wir dieses Spiel gewinnen könnten. Sprich dieses 1 zu 0 halten könnten. Regini kommt rein für Iusis, der, hm, Solala gespielt hat. Torino wird 2-0 gewinnen. Damit sind wir dann doch 3 Punkte hinter Torino. Obwohl wir dieses Spiel gewinnen. Sehr schön. Gute Partie von uns. 4-3-3 hat direkt im ersten Anlauf gut funktioniert. Also ich habe viele sehr gute Szenen gesehen. Und das halt, obwohl wir die Taktik so noch nie gespielt haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, ist jetzt, ne, keine Raketenwissenschaft. Es ist halt wirklich eigentlich nur, dass der 6er, äh, der 8er, der 10er, meine Güte, auf die 8 geschoben wird. Ich bin heute ein bisschen durcheinander anscheinend. Weiß auch nicht, was da los ist. Das sind die Frühlingsgefühle, weil es vielleicht endlich mal wärmer ist als 10 Grad irgendwie. Gut, wir haben Kinko E fix gemacht. Die 6er werden gescoutet und die RMs werden gescoutet. Yuwa hat unentschieden gespielt. Milan muss noch spielen, damit die dann 3 Punkte vor uns sind. Wie sieht's denn hier aus? Wurden gerade gescoutet. Leider noch nicht ganz. Dann werde ich mal nochmal neu anfangen mit dem Scouten. Bei allen RMs und dann bei allen 6ern. Und hoffe einfach, dass die durchgehen. Und dann können wir vielleicht auch gleich noch den ersten Spieler von diesen beiden Shortlists... Ach. Scheiße. Mann, ich will doch nicht. Burtz, red doch mal mit deinem Brudi von nebenan. Netkopf. Babe, möchtest du nicht bei mir bleiben? Ich denke, ich bin diesem Verein entwachsen. Und möchte auf die Transferliste gesetzt werden. Babe, ich kann mich ändern. Scheiße. Was könnte man sagen? Sie sind wichtiger Teil meiner Payno und ich will sie nicht verlieren. Was ist nötig, um sie zu halten? Wäre eine Idee. Wird aber... Wir haben keine Chance, Leute. Wir haben keine Chance. Ich kann sie verstehen. Tief drin wusste ich wahrscheinlich, dass hier das... Ja, ich werde versuchen... Nee, nee. Also das hier nicht. Äh, ich werde sie ziehen lassen auch nicht. Wertvolles Mitglied meines Kaders. Ich könnte natürlich auch sagen, dass sie die Ausstiegsklausel hat. Das wäre sinnvoll. Könnte aber auch die zweite Option sein nach, dass man fragt, was ist nötig, um sie zu halten. Das hier nehme ich nicht, weil... Dann müssen wir wieder selbst den Preis festsetzen. Das ist Unsinn. Das wird er beleidigend finden. Das ist auch Unsinn. 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 Hat auch nicht geklappt bei Almici. Also ich könnte sagen, dass die Kirschen im Nachbarsgarten auch nicht immer besser schmecken. Das würde vielleicht noch Sinn machen. Oder einflussreiche Persönlichkeit. Also einflussreiche Persönlichkeit macht mehr Sinn. Also entweder sage ich, was ist nötig, um sie zu halten. Oder dass er halt super wichtig für mich ist. Da ich aber seinen Vertrag so oder so verlängern muss, muss ich eigentlich das fragen. Damit er sagt, er möchte einen neuen Vertrag haben. Wird er aber nicht. Und dann müssen wir sagen, dass er die Ausstiegsklausel hat. Uh. Ich muss bei einem Verein sein, der den Titel gewinnen kann. Na ja, gut. Leider bedeutet das für sie, dass ich hier weg muss. Man könnte ihm jetzt natürlich sagen, dass wir Spieler hier und dort holen. Aber ganz ehrlich, Titel innerhalb der nächsten zwei Saisons ist noch relativ unrealistisch. In vier Jahren höchstwahrscheinlich, ja. Aber, hm. Warten Sie, welche Spieler ich hierher bringe. Hm. Ja, es kommt halt... Es kommt zwei Stammspieler quasi vom Standing her mit King Kuei und dem Sechser. Es kommt noch ein RM-Talent. Könnte eventuell funktionieren. Ich probiere es. Ne, niedergeschlagen war klar. Ja, dann sage ich, er hat eine Ausstiegsklausel. Ja. Gut. Ja, immerhin. Wir können nichts machen. Es ist leider... zu krass bei Netkoff. Der ist so heftig schnell gewachsen und wir konnten den Vertrag nicht rechtzeitig verlängern. Wir probieren es jetzt seit über einem Jahr. Ja, es ist leider nicht möglich für uns. Bei den anderen müssen wir dann ein bisschen mehr aufpassen. Gerade, wenn die 27er-Verträge anfangen mit Poskos und Gierczak. Da sollten wir wohl auch demnächst mal reagieren. Kavianka, Velardi, Regini. Passt von da alles auf? Machen wir nach dem Sommer-Transferfenster sofort, denke ich. Aber ja. Schade, dass Netkoff zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gehen wird. Aber wie gesagt, wir wussten es ja. Burtz wird ziemlich safe bleiben, weil die Ausstiegsklausel ist hoch. Der Vertrag geht lange und Milan verliert Punkte. Spielt nur 1 zu 1 gegen Benevento. Ja, ich... will den nicht verkaufen. Wer ist denn überhaupt der Juri irgendwas? Ich bin leider nicht da. Ja, Netkoff, jetzt... Oh... 1 bis 2 Tage... Jetzt chill doch mal dein Glied, Junge. Ich kann doch nicht explizit sagen, dass er eine Ausstiegsklausel hat in den Medien. Mann, Netkoff. Jetzt mach ich nicht noch Stress auf den letzten Metern. Muss wirklich nicht sein. So, Scoutis. Okay, müssen die 7 Tage abwarten. Aber dann wissen wir alles. Hoffe ich. Aber Kada steht ja zum Glück schon so gut wie fest. Das mit Oribe wird mir jetzt ein bisschen Magenschmerzen bereiten, aufgrund der Tatsache, dass er wohl nicht spielen kann, wenn ich die Regeln richtig interpretiere. Dass er halt nicht registriert werden kann, weil ich Sila ja als den Spieler mit den 5 Länderspielen oder halt U21-Einsätzen dann registrieren werde. Da steht ja auch explizit, dass die Spieler, die verliehen sind, nicht zu den Nicht-EU-Spielern gehören, weshalb sowohl Sila als auch Uribe als komplett neue gelten. Muskelfaser ist an der Leiste bei Paroni. Oder ich hau wirklich Kaniamuna weg. Oder Merash. Das ist dann wieder eine sehr große Baustelle. Ich meine, bei Merash könnte ich ihn weghauen und Tito wäre noch da. Will ich aber ehrlich gesagt nicht so. Alus, da wäre gar kein Backup. Und Kaniamuna ist halt auch sehr unnötig, ihn dann zu verkaufen. Schwierig. Und irgendjemand, dass er EU-Staatsbürger wird, dürfte ziemlich unrealistisch sein. Extrem unrealistisch. Merash hatte eine 6,81 Note, zwei Tore, vier Vorlagen. Alus hatte nur ein Tor, drei Vorlagen. Mit einer 6,98er Note. Hm. Ich glaube, wir warten erst mal ab. Ich kann ja immer noch... Gut, Netkov wird verkauft werden. Dann spielt momentan King Kuei und Birz in der Innenverteidigung. Dann würde ich vielleicht... ...den... ...ü 31 Innenverteidiger noch holen. Dann hätten wir erst mal drei. Dann würde ich zum Ende der Transferphase vielleicht auch einen Stammen-Innenverteidiger holen. Und Uribe verleihen wir dann. Ist jetzt so mein erster Gedanke. Oder wir kaufen uns ein Talent dann gleich. Falls Birz geht. Ah, schwierig. Muss ich mir noch alles überlegen. So, kann... Oh, kann Yamuna? Jetzt ist er eh tot, wenn dann. Wir spielen einfach genauso, wie wir es eben gemacht haben. Und hoffen, dass wir vielleicht immer ein schönes Ende in dieser Partie haben. Gegen den Meister. Die momentan 89 Punkte haben vor diesem Spiel. Und Justus bringt den Ball auf den Meter. Schöner Ball, aber das ist leider auch abseits. Birz steht halt direkt auf der Torlinie. Mal schauen, ob man nochmal ein Replay sieht. Ob der vielleicht reingegangen wäre ohne Birz. Weil Keeper war irgendwie komplett abgemeldet. Der war irgendwie schon im Urlaub. Tor aberkannt natürlich. So, mal schauen. Ball fliegt. Oh, der wäre... Oh, das ist hoch. Aber da der Keeper keine Animationen gemacht hat, denke ich mal, er wäre vorbeigegangen. Oh, Abseits hoffentlich auch. Von Hakimi. Auch, okay. 1 zu 1 nach Absetztoren. Nach einfach 7 Minuten. Ich überlege echt, was man da so machen kann. Kaniamuna ist halt echt nicht so toll. Aber ich weiß auch nicht, wie wir das dann auf der 6 machen sollten. Iguala ist noch nicht fit genug, halt die Position hinter dem neuen Stamm 6er auszufüllen. Das macht keinen Sinn. Und jetzt noch ein Talent holen, macht auch keinen Sinn. Also, 6er sollte wirklich nur einer kommen. Und da Kaniamuna noch ein bisschen Potenzial hat und erst 22 ist, sollte da vielleicht auch was gehen. Calvano ist ja kein Ausländer. Oh, stark gespielt. Die Jusis mit dem 1 zu 0 gegen Inter. Alus mit der Vorlage. Jalimanski wie immer dran beteiligt. Und Alus dann mit dem Pass in die Schrittstelle sehr gut losgelaufen wieder von Jusis. Das macht er gerade in der Rückrunde schon echt stark, wie er die Runs macht. Deswegen hoffe ich mir auch schon sehr viel nächstes Jahr von ihm. Hatte mir am Anfang noch überlegt, ob ich ihn wirklich behalten möchte für die nächste Spielzeit. Aber ich will dem Spieler nicht direkt nach einem Jahr die Chance rauben. Weil vielleicht braucht er halt ein bisschen mehr, um sich einzugewöhnen. Und für eine reine Eingewöhnungsphase, wenn es denn eine ist, dann war das schon eine solide Saison. Und wenn das halt aber sein komplettes Leistungsvermögen ist, ist das natürlich schlecht. Dann wird er nach dem nächsten Jahr ausgetauscht. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark Regini dann pusht. Was Schifino macht, was Mancini macht. Auch wenn die natürlich eher auf der Acht sind. Ach, Gianluca Mancini, erstes Saisontor am letzten Spieltag. Meine Güte, natürlich gegen uns. Ich meine, klar, Innenverteidiger, aber muss das wirklich sein? Er hätte er nicht in den 37 Spieltagen vorher, wie gegen anderen, sein erstes Saisontor machen können. Heute sind die außen nicht so gut. Da machen Mendes und Hakimi scheinbar einen sehr guten Job. Eventuell auch die drei defensiven Spieler in der Mitte. Sprich Mancini, Skriniar und momentan Federer geht. Der war, das war vorher wahrscheinlich, Brozovic. So, Chilowinski geht. Bussaku kommt. Postkurs mit seiner 6,1 geht auch. Dafür kommt dann Totino. Also die Offensive ist heute mal komplett abgemeldet. Während Brecker noch mal einen Eckball reinbringt. Und Mancini fast sein zweites Saisontor macht. Meine Güte. Buonacasa hat noch mal die Chance. Kenny Munas in der Mitte. Und verdient den Ball relativ einfach. Buonacasa gegen Mendes. Ach komm, Kierczak noch mal. Boah, also Tarikone muss ordentlich zugreifen heute. Sieben Minuten hat er noch. Unentschieden gegen den Meister wäre schon sehr stark. Aber da sind noch sehr viele Fragezeichen über diesem Unentschieden. Wieder Breckerlo. Boah, geht alleine durch und macht das Ding easy. Das sieht man auch sehr oft dieses Jahr, finde ich, wie die Spieler einfach die ganze Zeit durchrennen dürfen und dann halt den Ball im 1 gegen 1 easy reinmachen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch wieder nur so ein Problem für mich ist, aber ich sehe da oft Spieler bei mir, aber auch beim Gegner. Die dann einfach überhaupt nichts machen. Als ob das Spiel irgendwie so gebackt ist, dass da keiner rangehen darf. Es sind ja auch genug Spieler, die da. Ja, das muss jetzt aber... Oh mein Gott. Ach, Gabi Goal. Du warst auch schon mal ein bisschen besser. Ach, Kierczak vielleicht mal... Ist das denn hier abseits? Nee. Keine Mona. Ihr könnt ruhig schießen, ne? Das ist jetzt auch eigentlich... Ja, danke für diese unglaublich tolle Szene. Ach, schade. Wir haben... Ein gutes Stück geführt. Knapp 20 Minuten. Gegen Inter. Aber leider... Waren die dann doch ein bisschen zu stark und wir haben zu viele Fehler gemacht. Aber gut. Alles in allem trotzdem eine solide Saison. Nächstes Jahr muss aber... ...noch mal ein enorm heftiger Schritt kommen. Nächstes Jahr möchte ich eigentlich mindestens Platz 5 holen. Wäre, glaube ich, dieses Jahr auch drin gewesen, hätte, weil hier und da mal ein bisschen klüger agiert. Drei Punkte mehr wären auch locker drin gewesen, ne? Hellas Verona. Aber ich habe mich ja dazu entschieden, von daher passt das schon. Ja, nächstes Jahr möchte ich auf Platz 5 landen. Inter also Meister, wir auf Platz 8. Vier Punkte vor Fiorentina. Und sogar fünf Punkte vor Napoli. Danach kommt ein großer Cut. Zehn Punkte dann Testantoria. Hellas Verona, Pescara und Empoli steigen ab. Aufsteigen werden nach aktuellem Stand Parma und Udinese Calcio. Und dann gucken Spezia, Entele, Spal, Crotone, Vicenza und Genoa noch, wo sie bleiben. Ich hoffe, wir kriegen unsere Budgets gleich. Wir bekommen 8,91 Millionen für diesen achten Platz. Milan bucht das Ticket für die Euroleague. Ja, sehr schön. Wir bezahlen 375.000 Euro an Spieler und Mitarbeiter für, ja, eigentlich den Klassenerhalt eher. Und die Scouting-Berichte sind alle durch. Alle durch. Jupp. Und hier haben wir aber noch nicht 100%. Meine Güte. Scouts, please. Nicht rumpennen, ne? Einfach mal machen. So, die Innenverteidiger, da werde ich auch nochmal kurz scouten, damit wir da neue Gehaltsvorstellungen sehen. Und ich würde jetzt gerne meine Budgets bekommen, ne? Ich glaube, die haben wir noch nicht bekommen. Ich hatte Kinko hier extra schon vorher fix gemacht, damit wir das absolute Maximum an Geld bekommen. Bisschen ärgerlich, dass die reinvestierbaren Transfer-Einnahmen, also die Prozentzahl dafür, wieder runtergeschraubt wurde, nachdem ich sie im Winter ja hochgeschraubt habe, weil ich dachte, ich verkaufe Birds und Netkov. Was ja dann knapp 60 Millionen gewesen wäre, die wir halt als 100%ige reinvestierbare Transfer-Einnahmen bekommen hätten. So, unser Saisonrückblick. Die Neuzugänge. Diamond Silla kann man nicht so wirklich bewerten. Für Japone gibt es nur sechs. Finde ich ein bisschen sehr krass dumm. Aber gut, unser Vorstand ist manchmal halt sehr krass dumm. Aluz war solide. Ich muss sagen, ich bin trotzdem sowohl von Aluz als auch von Medas ganz schön enttäuscht, weil ich hätte mir da mehr erhofft. Sie waren halt nur eine minimale Verbesserung zu Almechi und Tito. Da wird dann auch in naher Zukunft wieder getauscht werden. Gierczak kriegt eine 1-Minus. Alles klar, bei einem Tor in zehn Spielen. Aber Japone kriegt eine 6-Vorstand. Ihr habt echt irgendwie einen Arsch offen. Bin gespannt, wie er sich nächstes Jahr so zeigen wird, wenn er hoffentlich in einem guten Verein spielt. In der zweiten Liga irgendwo, wenn wir ihn da hinverleihen. Iusis. Fünf Tore, zwei Vorlagen. Da geht deutlich mehr. Er muss definitiv an seinem Passspiel fallen. Poscos sehr stark. Mein bester Neuzugang, finde ich. Totino enttäuschend. Da hatte ich auch mehr erwartet. Kabyanka ist noch zu früh zum Urteilen. Velardi hatte keine Chance, sobald Regini eigentlich kam. Auf den ich auch noch sehr gespannt bin. Ansonsten bisher enttäuschend. Japone war echt gut. Sehr gut, fand ich. Dafür, dass er wirklich meistens nur reinkam. 14 Spiele trotzdem von Beginn an. Sechs Tore, zwei Vorlagen. Ist schon sehr gut. Ich bin bei ihm frohen Mutes. Anders als der Vorstand anscheinend, dass er ein guter Spieler wird. Und Skifino ist sowieso viel zu früh, um da was zu prognostizieren. So, Vorstandserwartung war ein mutiger Kampf gegen den Abstieg. Wir haben nie was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Wir waren auf Platz 8 am Ende. Ich glaube, wir waren wirklich nicht mal ansatzweise dran irgendwann am Abstieg. Höchster Sieg war gegen Livorno im Coppa Italia 17.8. Also direkt am Saisonanfang. 4 zu 1. Das denkwürdigste Spiel war das 2 zu 0 gegen Bologna. Und das Tor der Saison, das kam von Umut Medasch, der im gleichen Spiel auch noch sich eine rote Karte gegönnt hat. In der 94. bei dem 1 zu 0 Sieg gegen Helda Svedona in der Hinrunde am 21. Oktober 2024. Da haben wir so gespielt. Und schauen uns mal das Tor an von Medasch. Ja, das war gut. Das war gut. Das war ein schönes Tor. Die Finanzen. Sponsoren ein bisschen runtergegangen. Fernsehgelder ist hochgegangen. Einrichtung zur Bewertung ist leicht hochgegangen. Preisgelder sind hochgegangen. Und Speisen und Getränke. Ja, 1.000 runter. Keine neuen Sponsoren. Schade. Die meisten Trikots haben wir höchstwahrscheinlich nach Polen verkauft. Für Cilomenski. Dann Netkov, Totino, Börs und Ranocchia. Und das war unsere häufigste Aufstellung. Ich, Calvano. Na gut, ja klar, Kaniomuna war lange verletzt. Meiste Vorlagen eines Spielers in einer Saison hat Cilomenski gebrochen. Sind jetzt 11. Top-Torjäger war Buona Casa mit 15. Tor der Saison haben wir gerade gesehen. Neuzugang der Saison zu Paone. Alles klar. Trotzdem eine 6 von unserem Vorschnitt dafür bekommen. Cilomenski war auch 5 Mal Man of the Match. Die höchste Durchschnittswertigung hat Netkov 7,2. Sehr stark. Spieler der Saison wurde auch der Fans. So, was haben wir denn jetzt hier? So, Rekord-Tiefset an der Unentschieden. Ja, easy, ne? Ich mag auch keine Unentschieden. Zwei Unentschieden. Ich hasse Unentschieden. Ich hasse Unentschieden so sehr. Also, wirklich, ne? Gegen Milan und Santoria bin ich sehr froh, dass wir nur zwei Unentschieden hatten. Ich verliere wirklich lieber als nur Unentschieden. Dann weiß ich wenigstens, ich habe es probiert irgendwie. Bestelf aller Zeiten sieht momentan so aus, aber es ist noch zu früh, um da mal raufzuschauen. Wir sollen offensiven Fußball spielen. Jupp, Ballbesitz. Jupp, intensives Pressing. Jupp, okay. Gehaltsbudget einhalten. Mindestens zwei Jahresverträge. Ja, anfängliches Auschöpfen. Ne, 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 ne. Muss nicht unbedingt sein, aber egal. Oh, ich wollte nicht verhandeln, aber ist okay. Da ist übrigens auch neu drin mit dem Transferbudget, dass wir es ausschöpfen sollen. Mancini hat die meisten Spiele verpasst. Wegen seinem Kreuzbandriss kann Yamuna dann wegen seinem Muskelbündelriss. Spenderriss im Knie bei Colombo, der dann auch lange ausfiel. Teambericht ist wurscht. Mannschaftssitzung, ich hasse es. Hi, Brodies. Wir wollen, obere Trebellenhälfte werden sie nicht akzeptieren. Mittelfeld werden sie, glaube ich, auch nicht akzeptieren, aber ich sage es mal. Aber klar. Zwei Jahre in Folge halt Mittelfeldplatz, ziemlich nah an Europa. Und die denken immer noch, sie sind der Absteiger Nummer eins. Immerhin. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das wirklich so sehr, diese Team Talks. Das ist das Schlimmste, was es gibt im FM. So, wer wird der Trainer des Jahres? Oh, da bin ich auch dabei. Ja, Pep war schon stark. Ich glaube, da muss man nicht wirklich drüber nachdenken. Äh, ja, Pep war schon stark. Ich glaube, da muss man nicht wirklich drüber nachdenken. Vertu ist der Melior Calciatore Assoluto AIC. Wo wollen wir hin? Wir bleiben, denke ich, in Italien, ne? Ja, komm, Trentino Südtirol ist bestimmt ganz cool dort. Kader ist im Urlaub. Und wir haben noch nicht unsere Budgets. Das ist, äh, leicht. Das ruft leicht Skepsis bei mir hervor. Oh, ich... Nicht mal die Nachbesprechung haben sie noch gemacht. Auch Vorstand gibt Budgets bekannt. Wäre sehr... Oh, Mann. Ich wollte ihn doch loswerden. Aber er hat genug Spiele gemacht. Egal. Ich hoffe, wir bekommen mindestens... Was bräuchte ich? Durch den Netkopf-Transfer bräuchte ich nicht so viel. Äh, Sechser... Hm... Fünf bis acht Millionen. RM... Vier Millionen. Ja, so... So 14 wären schon sehr geil. Ihr seid die Besten. Also, ich habe schon so oft... Obwohl ich der krasseste King war bei den Vereinen... Einen Vorstand gehabt, der keinen Bock auf mich hatte. Und mir nie was gegeben hat. Aber hier der Palermo-Vorstand. Der gibt mir Geld ohne Ende. Wie kann man nur so geil sein? 30 Millionen schon wieder. Wenn wir nicht mal alles ausschöpfen... Aber davon können wir uns ein paar Talente holen dann. Richtig geil, Alter. Nice. Danke, Dario. Tadekone ist übrigens bei der UN und 20 EM. Falls ihr euch wundert, warum der unterwegs ist. Dankeschön, dass ihr es jetzt nochmal sagt. Ich habe es gerade eben erst gesagt. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Die DMs. Meine Güte, ey. Die Scouts pennen ja wirklich ein. Aber gut. 29 Spieler. Ich möchte einen Sechser haben, der sowohl passstark ist, als auch halt doch bitte mal ein bisschen Zweikämpfe gewinnen kann. Dominik Langer hat... Oh, 5 Monate wegen einer Hüftverletzung. Und Tschüss. Der Rest ist okay. Sind auch alles irgendwo ein bisschen EU-Spieler. Also da habe ich dann schon aussortiert vorher. Dann gucken wir mal. Zirkling. 12 haben wir als niedrigsten Wert. 14 als höchsten Wert. Von daher brauche ich da nichts auszusortieren. 15 bei Alexis Blanc. Ja, Sponzose. Oh, 11 ist ein Stückchen zu wenig. So, Sprunghöhe. Wäre schon nice, wenn die nicht so ganz schlecht wäre. 5, 6, 7, 8 ist schon wirklich krass schlecht. Ich meine, der muss ja schon ab und zu mal ins Kopfball-Duell. Das ist dann... Ach, das ist auch nicht so geil. Oh, John the Fuchs. Wow, den hat er da auch mal bei Marseille vor Ewigkeiten. In dem Journeyman-Safe hast, glaube ich. Dann will ich den nicht haben. So, Antizipation. 12 bei Sadikyo und Reg... Oh, nee. Der hat ja schon einen scheiß Kopfball... Äh, was kommt nach dem Kopfball? Für ein Kopfball... Kopfballtechnik, danke schön. Meine Güte. Was ist heute schon wieder los? Antizipation hat Baluzza, die... ...beste von Bielefeld. 2, 4 bis 3, 4 Millionen. Oh ja, der könnte mir gefallen. Fällt in wichtigen Spielen ab. Nein. Warum denn? Determination 13 bis 18. Farley, Edgar, Blanco, Karateen, Mikkelis und Innocent haben die höchste Determination. Nicht ganz so unwichtig. Nervenstärke ist dafür bei Farley, Mikkelis und Valante. Richtig, richtig schlecht. Ne, 13 ist in Ordnung Teamwork. Nur 10. Okay, Mikkelis hat dann sonst gar nichts außer Determination. Einsatzfreude ist noch relativ wichtig. 12 sollte passen. Übersicht. Oh, da können wir die auch rausnehmen. 11 ist eigentlich auch schon zu wenig. Der muss auch wirklich passen können. Der muss richtig gut passen können. Der muss sogar besser passen können, als er verteidigen kann. 12 ist dann echt ganz schön wenig. Boah. 15. Es muss ein gut gesunder Mix sein, weil wir können uns jetzt nicht den Gott schlecht hinholen. Dafür fehlt dann auch das Geld irgendwie. Fakt ist aber, dass wir eigentlich alle hiervon bezahlen können. Einige wollen wir ein bisschen mehr bezahlen als andere. Krassdev zum Beispiel. 8 bis 11 Millionen ist dann eher so ein Spieler, den würde ich ungerne bezahlen. Genauso wie Edgar. Bei Kobelis wissen wir nicht so wirklich, was da Sache ist. Panettinaikos würde eine Ablösersumme zwischen 3 und 5 Millionen verlagen. Ihn würde ein Wechsel zu Palermo reizen, da der Vereinteil seiner Karriereplanung ist. Hat er sich einfach vor 15 Jahren gedacht, okay, ich bleibe ein bisschen länger in Griechenland und gehe dann nach Palermo oder was? Okay. Hm, was haben wir so an Physis? 11 bis 13 alle mit der Stelligkeit? Da habe ich vorhin erst aussortiert und musste mit Schrecken feststellen, dass Niklas Dorsch einfach nur 5 Stelligkeit hat. Das war krass, hätte ich so nicht erwartet. Also bei Lutzer sieht immer noch relativ interessant aus. Was bei ihm halt das große, große Blöde ist, ist, dass er in wichtigen Spielen abfällt. Ich gehe jetzt hier mal kurz durch und gucke wegen Konstanz und wichtige Spiele. Und wenn da irgendwie was auffällt, dann ist der nächste Spiel auch schon wieder raus. Bisher war nur bei Lutzer derjenige, der negativ aufgefallen ist. Dass es an Kaltsteunzigkeit vor dem Tor fehlt, ist nicht so schlimm als Sechser. Ja, relativ verletzungsanfällig. Hm. 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 Ich glaube, mit vielen Spielern, die wir hier haben, würden wir nicht allzu viel falsch machen. Sehr viele sind konstant. Sehr viele lieben auch große Spiele. So. Eigentlich ist jetzt wirklich nur noch bei Lutzer derjenige, der in wichtigen Spielen abfällt. Der Rest ist mindestens gut. Hansi Flick wurde bei Juw entlassen. Ui. Hm. Schwierig. Es muss halt wirklich ein guter Ausgleich sein. Ich werde mal schauen, was die alle so an Noten bekommen haben. Das habe ich noch nicht geschaut. So, die werde ich mal hier rauslöschen. So, zeig mal die Noten. Also wir haben einige Spieler, Kastiff zum Beispiel, der soll so viel kosten und hat kaum gespielt, weg mit dem. Wir haben einige Spieler, die nicht wirklich viel gespielt haben. Gerade die letzten drei mit Gamboa, Saletros und Innocent. Merken wir uns. Die hier haben eigentlich alle mindestens das gespielt, was ich erwartet hätte. Passgenauigkeit ist bei Saletros auch echt schlecht in den neuen Spielen, aber trotzdem drei Assists. Aber ich glaube, die beiden nehme ich raus. Das ist mir einfach zu wenig. Bei Gamboa wäre vielleicht noch die Idee, dass es reicht. Die beste Durchschnittswertung hatte. Kobilis, der Grieche. Dann Baluzza, dann Edgar, dann Gamboa. Gamboa allerdings nur 14 Spiele. Und dann Blanc. Vesca hat nur eine 6,78. Das ist echt wenig. Wo spielen die denn alle so? Dijon ist Ligue 1. Dann haben wir Spezia, das ist Serie B. Marei Renze müsste Liga Nost sein. Jupp. Amir bestimmt auch Liga. Oh, Ligue 2. Okay, Estoril ist bestimmt auch nicht Liga Nost, oder? Doch, Liga Nost. Elche ist La Liga Smartbank, also sprich zweite Liga. Bielefeld ist auch zweite Liga. Und Kobielis ist mit Panathinaikos höchstwahrscheinlich in der ersten Liga. Okay, also wir haben Zweitligisten mit Baluzza, Edgar und Blanc. Und natürlich Carraro. Das ist immer noch nach Durchschnittswertung sortiert, ne? Also Gamboa, obwohl er halt mit einem schlechten Verein in der ersten Liga spielt, hat so eine gute Durchschnittswertung. Das ist sehr interessant. Es sind 14. geworden und es lag nicht an ihm. Oder vielleicht an ihm. Ich dachte gerade, das sieht aus wie so ein typisches San Marino Trikot irgendwie. Also wenn San Marino irgendwann mal so ein Trikot hat, würde mich das nicht wundern. Wobei die, glaube ich, auch nur in einfarbigen Sachen auflaufen. Wobei viele Nationalmannschaften halten sich ja sowieso extrem zurück mit den Trikots. Dann hast du aber so zur WM dann auch wieder richtig funky Sachen aus Japan beispielsweise. Oder richtig geil waren ja auch zuletzt immer die Nigeria-Trikots. Wobei ich glaube auch die europäischen und amerikanischen, also Nord und Süd, Nationalmannschaften haben sich da mittlerweile ein bisschen mehr abgefunden mit etwas funky des Designs. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Baluzza ist schon sehr interessant. Meine Tendenz geht aber momentan erst zu Gamboa. Das Problem ist halt leider, er ist am teuersten von allen hier. Dann Baluzza. Oder doch, der Grieche. Ohne Ball hat er leider nur 8. Ja, das brauche ich dir für einen etwas offensiveren Part. Ist er damit der Schlechteste bei Ohne Ball? Jupp, dann Saldanha. Der auch keinen Mut hat und keine Aggression. Saldanha, das war mit dem Verletzungsanfällig, ne? Saldanha nehme ich mal raus. So, und ab jetzt kann man doch eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen, oder? Dieser 8 ohne Ball stammt mich bei Kobedis sehr. Weil ich weiß, dass Ohne Ball für mich ein sehr wichtiger Wert ist. Und ich ja halt mit dem Sechser schon sehr offensiv spiele. Also klar, die Rolle, die ist hier gehighlighted mit Deploying Playmaker of Defense, aber wenn ich es halt auf Unterstützung mache, dann ist es ja drin, also er wird dann schon gebraucht. Und dieses Attribut gibt die Fähigkeit des Spielers an, sich als Anspielstation anzubieten. Und sprich halt, wie gut kann er das Spiel auch lesen, dass er sich dann halt in einer soliden Situation bringt, damit er auch angespielt werden kann. Und der Sechser ist bei uns ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen halt dem restlichen Mittelfeld und der Defensive. Tut mir leid, das ist mir dann wohl zu wenig. Elf ist noch okay bei Gamboa, aber auch nicht so geil. Ach, was könnte man hier machen? Die Berichte sind alle neu, also von wegen Klauseln und so weiter machte ich keinen Sinn. Edgar, 9 Millionen. Puh. Hätte Blanc diese Statistik halt in der Liga gehabt, das wäre halt deutlich nicer gewesen. Hat 221 Spiele für Armia gemacht, also weiß ich auch nicht, ob er so unbedingt Bock hätte, wegzuwechseln von denen. Wobei wir natürlich mit der ersten Liga ein deutlich besseres Argument haben als Armia. Genau. Weiß ich nicht, ob die aufgestiegen sind. Wird es möglicherweise... Oh, Wes... Haben wir den nicht gerade noch gesehen? Wesker? Wow, er sollte 1, 5 bis 2, 3 kosten, jetzt packen sie ihn rauf für 3, 5, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen gegensätzlich von dem, was ich gerne hätte. Es sind auch alle solide groß. Ah, blau, wo seid ihr denn gelandet haben? Ja. Die sind nur 9er geworden. Ist das schwierig. Zeig mir nochmal Determination. 17 bei Edgar, aber 9 Millionen. Wesker 14, der Rest 13, mit Blau auch noch 14. Straßburg ist interessiert. Lustigerweise auch an Wesker, die suchen anscheinend auch einen 6er. Brescher hat Bock auf Edgar, den habe ich mir noch gar nicht angeschaut, weil ich ein bisschen abgeschreckt wurde von seinem Preis. Hat in der Liga alle Spiele gemacht, 2 Tore. Die Frage ist, was hat er wohl gespielt? Bald spielender Verteidiger. Ich weiß ja nicht, ob das dann so geil ist, wenn der die ganze Zeit Innenverteidiger gespielt hat. Könnte uns in dem Sinn natürlich auch helfen, wenn wir wirklich Pürzner verkaufen, dass wir dann schon mal einen Spieler haben, der beide Positionen spielen kann. Aber das ist eigentlich nichts in der Sache. Wesker ist, glaube ich, ein bisschen zu alt mit 32. Ein Qualler braucht ungefähr anderthalb Saisons, der er spielen kann. Ne, der ist mir ein bisschen zu alt. So, dann werde ich mal anfragen. Und dann entscheiden wir uns einfach für ein gutes Gesamtpaket. Wir fangen bei Alexis Blanc an. Da werde ich mal 2,5 bieten und gucken, was sie so wollen. Ist ja auch schon 28, dürfen wir auch nicht vergessen. 7,7,5. Und nach Liga einsetzen wollen sie auch noch was. Okay, das ist nicht ganz so geil. Aber kriegen wir schon hin. So, mal ein bisschen Tempo hier anziehen. Ich habe mir jetzt ein bisschen zu viel Zeit gelassen damit. So, hier gibt es eine Million, hier gibt es eine Million. Und hier gibt es eine Million. Ne, das ist ein bisschen viel. Ne, das machen wir nicht. 500, 500. Und hier 500 erstmal. Und dann können wir noch auf eine Million hier unten gehen. Aber sie nehmen es schon an. Ja, ist auch ein gutes Angebot. Ist vielleicht schon fast zu gut wieder gewesen. 4,5, die wir zahlen. Und das könnte auf 6 Millionen steigen. Das war vielleicht wirklich ein bisschen zu viel. Aber gut. So, bei Bielefelds Baluzza könnte das ein bisschen interessanter werden. So. Vielleicht hat dann Birz auch ein bisschen mehr Bock auf uns, wenn wir uns auch noch einen Rumänen holen. 5 Millionen wollen sie haben. Nachländer spielen 200.000. Die wird er höchstwahrscheinlich machen. So, Ratenzahlung noch mal eine Million. Das wird 2 auf jeden Fall zahlen. Und hier dann 500, 500, 3,2 jetzt. Und das lasse ich drinnen. Sie möchten 4,4 haben. Würde ich hier nochmal runter gehen auf 500, 500. Hier 100, ja. Und hier gehen wir dann auch auf 100. Das ist 4,1 werden. Mhm. Okay. Dann Gamboa noch mal. Und das ist dann der letzte, bei dem ich heute erst mal anfragen möchte. Weil bei Gamboa ist es ja so, dass der wirklich extrem viel Gehalt haben möchte scheinbar. 9 Millionen? Na, mhm. Das ist ein bisschen viel, Leute. So. Nach Länderspiel einsetzen mache ich noch eine Million. 5 könnten das jetzt werden. Nee, nee, nee. Gefällt mir überhaupt nicht. 4. Jo, dann mache ich nochmal kurz nach Länderspiel einsetzen. 300.000 rein. 6 Millionen könnten das jetzt werden. Wollen sie auch noch nicht. 4. Machen wir mal wieder 4 so. Ich nehme nach Länderspiel einsetzen mal raus, weil scheinbar gefällt es denen überhaupt nicht. Dann mache ich hier 500, hier 500, hier 500. Könnten dann 5,5 werden. Und mache dann nach 20 und 10 spielen nochmal 250, dass es insgesamt 6 werden könnten. Ja, sie wollen jetzt 8 haben und noch pro Liga-Einsatz. Nein, Boys. Machen wir 6,5. Klingt, glaube ich, besser. Jo. So, mal gucken, was die an Verträgen haben wollen. Die 3. Und wenn das jetzt zu teuer wird, können wir immer noch mit den anderen beiden anfragen. Und dann entscheiden wir uns einfach für das beste Gesamtpaket am besten. Dass die Werte dann passen und das finanzielle. 32 bis 40, das wäre viel zu viel für mich. Du wärst Rotationsspieler? So, ich würde versuchen mit 21 zu starten, aber das hier unten macht mir schon... Wobei, das hier unten macht mir keine Sorgen. Das, was vorher da war, das macht mir eher Sorgen. 700.000 möchte der Berater haben. Meine Güte. Ich hasse das jetzt so sehr, wenn ich selbst das Angebot machen muss, ne? Ich hasse das wirklich. So, hier machen wir bei einem Titel in der Serie A 100.000. In der Coppa Italia gibt es 70.000. Auflaufprämie geht ein bisschen runter auf 4.000. Torprämie geht auf machen wir mal 7.000. Ich meine, du bist immer noch 6er. Also so oft wird das nicht passieren. Auch hier 7.000. Team-Off-Dieter-Prämie geht auf 80.000. Länderspielprämie wirst du nicht so machen. Denke ich mal, also 9k. 31.000. Okay. Dann gehen wir auf 21.000. Gehen hier auf 900.000. Gehen auf 7k. Auflaufprämie. Ersatzprämie geht auf 3.500. Gehe bei den Vorlagen und bei der Torprämie auf 8.000. und bei Abstieg darfst du für 1.000.000 gehen. Höher als 23.000 würde ich ungerne gehen. Wird die Klauseln hier jetzt so lassen. Sind noch sehr weit weg leider. Vielleicht so. Ja. Valuzza 33 bis 43.000. Valuzza 33 bis 43.000. Du wärst Stammspieler. Auch hier müssen wir selbst was machen. Finde ich wieder sehr blöd. Bei Valuzza dürfen wir nicht vergessen, dass bei ihm steht, dass er in wichtigen Spielen abfällt. Ich meine, gefühlt ist für uns jedes Spiel wichtig, ne? Von daher, wer weiß. 100.000 für den Serie A-Titel, 70.000 für die Coppa Italia, Auflaufprämie geht ein bisschen runter, Torprämie geht auf 7.500. Ohne Gegentorprämie geht auf 4.500. Team of the Year-Primie geht auf 80.000. Länderspiele wirst du machen, anders als Blau, und machen das so. Er möchte 36.000 haben. Hier werden wir ein bisschen höher machen müssen, als bei Blau, denke ich. Da werden wir nicht unter 25.000 wegkommen. Ohne Gegentor geht ein bisschen hoch. Das lasse ich hier so. Er möchte auch 1.500, ne? Handgeld haben. Das ist schon sehr, sehr happig. Auch bei dir gibt es noch eine Ausstiegsklausel bei Abstieg für eine Million. Oh, jetzt schon auf Orange gehen. Das ist ein bisschen zu früh. Und würde heißen für uns, dass das eher nichts wird bei Baluzza. Außer er denkt sich jetzt Beste. Denkt er sich auch. Okay. 25.000 also bei Baluzza. Und dann haben wir noch Gamboa, der laut Scouts am teuersten wäre. 41.000. Okay, da können wir relativ schnell abwinken, dass er das wohl nicht wird. Auch Auflaufprämie und so weiter ist enorm hoch. Da werde ich das einfach nur ganz fix machen und schauen, ob der irgendwie vielleicht überredbar ist. Aber Tendenz ist sehr, sehr krass. Nein. So, zack, zack, zack. Zack, das muss ich gar nicht wirklich ordentlich machen, einfach nur, weil ich weiß, dass das nichts wird. Und bei Abstieg für eine Million. Boah, vielleicht geht doch was, aber er wäre dann wirklich mit Abstand der teuerste. Nee, da geht nichts, nee. Dafür müsste er das jetzt hier annehmen und das wird er nicht machen. Doch, wow. Okay, aber er ist so teuer. Er ist so, so teuer. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Auch wenn wir das Geld natürlich quasi hätten. Aber dafür ist er auch nicht gut genug. So, Carraro wäre dann 3, 6 bis 5. Aber jetzt haben wir erstmal nur die drei hier. Kurz mal hier die Kollegen hier wegmachen. Also die drei haben wir jetzt. Wir haben 2 mal 25.000 und 1 mal 22,5 beim Gehalt. Nehmen wir jetzt mal kurz die Boni raus. Die sind bei Gamboa am krassesten. Bei Balutza und Blanc sind sie relativ ähnlich. Wir zahlen 4, 1 für Balutza, 6, 5 für Gamboa und 6 für Blanc. Also der teuerste wäre wirklich mit Abstand Gamboa sowohl beim Vertrag als auch beim Transfer. Der billigste wäre Balutza und Blanc ist relativ nah an Gamboa dran von der Ablösesumme. Allerdings beim Vertrag der billigste. Tendenz ist eher Balutza oder Blanc, weil Gamboa zu toll, äh zu teuer ist. Schauen wir mal. Also Babalutza, Babalutza ist hier. Es wäre ein zurückgezogener Spielmacher auf, verteidigen und das würde so aussehen, dass Blau dann deutlich besser ist. Es sind drei Jahre zwischen den Beinen und okay, ja, die sechs Monate, hm, okay, zwei Jahre, sechs Monate. Blau ist in fast jedem Wert ein bisschen besser. Balutza ist besser bei der Sprunghöhe, das ist ja doch schon wichtig. Zwölf ist aber okay, Kopfballtechnik ist bei Beinen allerdings auch nur elf. Also die Chance, dass Balutza ein Kopfballduell gewinnt, ist etwas höher, aber der Kopfball, der dann da rauskommt, ist bei Beinen eh nicht gut oder schlecht. Antizipation, das ist wichtig, ist bei Balutza besser. Dafür ist Teamwork, was dann halt fürs Passen wichtig ist, bei Blanc besser, was ja auch Technik und Passen ausmacht, Tackling auch, das ist überall besser, Deckung übrigens auch, Abschluss ist überhaupt nicht wichtig auf der Position bei uns, ist Balutza deutlich vorne, das können wir komplett weglassen, Ecken, Elfmeter, Flanken, Freischüsse, das ist komplett unwichtig, Weitschüsse, da ist Balutza wirklich besser und das könnte noch ein bisschen Ausschlag geben, aber ich glaube, wenn ich mir die hier beide so von den reinen Werten vergleiche, ist Blau mein Favorit, Blau hat 33 Spiele gemacht, Balutza hat 36 Spiele gemacht, zwei Tore zu sechs Tore und sechs Vorlagen zu fünf Vorlagen, beides zweite Liga, einmal Frankreich, einmal Deutschland, Passquote 86 zu 91%, gewonnene Zweikämpfe pro Minute ist trotzdem bei Balutza deutlich besser, Zweikampfquote auch, Blau läuft aber mehr, Durchschnittswertung ist bei Balutza auch besser, hier würde ich rein von den Statistiken dann wäre wieder auf Balutza gehen, ich schätze auch die zweite Bundesliga besser ein als die Ligue 2, Blau kann anders als Balutza die Position perfekt spielen, aber das macht nicht so viel aus, hat auch einen besseren linken Fuß, auch hier ist es eher Balutza wieder, dann haben wir hier große Spiele, mag er nicht, dann haben wir hier Siegeswille, schlägt also ab und zu über die Stränge ist nicht so schlimm, passt kaum in die Kerngruppe, ist bei beiden halt die Sache, Technik bei Balutza nicht so gut, das haben wir schon gesehen, das ist 13 zu 9, Abschluss ist wurscht, relativ loyal, Anpassungsfähigkeit konstant sind beide ansatzweise, Mannschaftsdienlichkeit sehr wichtig auf der Position, Möglichkeit zum Umturnieren der Position, ja gut das ist wurscht, weil er kann das ja, energisch Antizipation, Länderspielerfahrung Vielseitigkeit Anpassungsfähigkeit vielleicht schafft das dann mit der Kerngruppe Ich glaube die Tendenz ist zu Blanc, wenn dann, aber Balutza sieht auch gut aus, das ist wirklich jetzt ein reines Bauchgefühl Ding, so wenn wir den jetzt mal mit Gamboa vergleichen, ist Blanc auch besser, also Gamboa wird es nicht, dafür ist dann einfach zu zu teuer für das was er dann halt nicht hat, Schwierig Gut, die müssen auch erstmal wollen ich meine wie oft hatte man das schon dass man mit Leuten halt einen Transfer ausgemacht hat und dann verlängern die einfach bei ihrem Verein die fiesen aber Gamboa da bin ich mir ziemlich sicher wird das nicht ich werde noch nicht abbrechen aber ziemlich safe wird das nichts werden dann vergleichen mal kurz noch blaum unseren momentan ganz leichten Favorit mit Edgar und Carraro damit wir da noch ein bisschen mehr wissen so Edgar hier der Spanier auch hier wieder Mittelfeldspieler und verteidigen ziemlich gleich auf Ballernahme ist bei Edgar besser mental hier und da mal Entscheidungen bei blau 011 ist auch ein bisschen wenig okay hier ist es relativ einfach ich glaube für den Mittelfeldspieler würde ich dann auch hier eher blau wieder nehmen Edgar scheint dann doch eher der reine Sechser zu sein sprich bei uns ist ja ein verkappter Achter eigentlich der soll halt ein bisschen holzen aber eigentlich ist das ja ein 8 also auch hier ist blau dann eher mein Favorit da wäre auch Baluzza deutlich mein Favorit und dann Carraro da die mentalen Werte sehr besser sind mental ist mir wichtiger als Technik würde ich hier wohl auch auf Blanc gehen wobei bei Carraro ist es natürlich schön dass er Italiener ist was ich hier gesagt habe dass ich gerne mehr Italiener holen wollen würde hat auch hier mehr gewonnene Zweikämpfe pro 90 Minuten kann aber ähnlich wie bei Lutza diese Position nicht spielen passt kaum in die Kerngruppe ist aber konstant unmarkt große Spiele und er ist halt Italiener ich wollte mehr Italiener holen aber ich glaube auch hier würde ich eher auf Blanc gehen weil die mentalen Werte dann doch teilweise schon deutlich besser sind ja also wie wir gerade gesagt haben eigentlich ist die Entscheidung zwischen Balutza und Alexis Blau und ich glaube hier bin ich so ganz leicht bei Alexis Blau wenn ich wüsste was ich nicht weiß und zwar ob mit einer Verpflichtung von Balutza die Wahrscheinlichkeit steigt dass Birz vielleicht bleibt weil das wäre nochmal ein großer großer Punkt für Balutza und daher das weiß ich nicht da kann ich nur mutmaßen und meine Mutmaßung würde sagen dass es nichts ausmacht zumal er so oder so Vertrag hat also er muss nicht gehen außer jemand bezahlt 82 Millionen so Europa League ist auch durch da wir keine News bekommen haben gehe ich jetzt mal stark davon aus dass wir keinen Sieger aus Mailand haben und deshalb auch Platz 8 eh komplett wurscht ist so erstmal gucken Champions League steht noch aus mit Chelsea gegen Paris Europa League hat haben Spurs gewonnen gegen Milan 1 zu 0 Kane wahrscheinlich Kane mit dem Tor 182 Minute und zwar eine sehr dominante Vorstellung von den Spurs Conference League wurde gewonnen von Stadren die an Netkov dran sind geiler Vorname Ohi 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 One Juan For Oh Juan For bis sowieso ein bisschen Spanier Nigeria Oh Mo Juan For Oh Mo I Juan Von Er gut ist ein Japaner Oh Mo Juan For Oh Mo Juan For Ja glaube ich schon Leute was machen wir holen wir Balutzer oder Blanc wenn beide wollen Ich möchte das gerne noch fix machen in dieser Folge Nächste Folge können wir dann die anderen beiden machen Wobei ich da vielleicht mal kurz scouten sollte damit wir schneller dran sind Da wird es vielleicht wirklich Magalan noch werden Ach ich weiß nicht Mein Kopf sagt auf jeden Fall nicht Gamboa Mein Kopf sagt mir dass es Blanc werden sollte Mein Herz sagt mir irgendwie dass es Balutzer werden sollte Mein Bauchgefühl sagt auch ein bisschen mehr Balutzer Aber ich muss auch sagen die letzten Tage war mein Bauchgefühl nicht gut Von daher würde ich auch mein Bauchgefühl nicht hören Und mein Herz sagt das wahrscheinlich auch nur weil ich die gewonnenen Zweikämpfe pro 90 Minuten gesehen habe bei Balutzer Netkov spielt gegen Kroatien und Aserbaidschan und möchte weiterhin nicht mit uns verlängern wer hätte es gedacht das hier ist alles wurscht Sanini ja nichts von uns das ist Team des Monats mit Ranocchia und Aluz Transfer Meeting mache ich nicht Leute ihr habt doch keine Ahnung von diesem Verein So wir haben noch einen Monat für zwei Spieler sollte easy sein drei je nachdem mit Uribe zwei Spieler für ihr Land berufen und zwar Chilomensky und Spurz ich glaube ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen wenn jetzt einer von den beiden verlängert beim Verein und mir die Entscheidung dadurch abgenommen wird aber wie gesagt den möchte ich noch gerne fix machen diesen Transfer und dann machen wir Schluss für heute und machen dann in der nächsten Folge den RM und gucken was wir mit dem Inverteidiger machen und werden dann höchst wahrscheinlich sogar so Blanc würde kommen und dann höchst wahrscheinlich sogar Nettkopf verkaufen sehr nice Silla hat jetzt 33 Spiele gemacht allerdings nur 25 in der Bundesliga 2 Tore 2 Vorlagen 7,03 Note 5,75 Millionen Marktwert freue mich drauf Nicoli 1 Tor 3 Vorlagen das geht besser also da wird nächstes Jahr nochmal in die Serie B oder vielleicht untere Serie ausgeliehen vielleicht sogar ein anderes Land könnte vielleicht ganz interessant sein gucken wir mal Japan ist auch unterwegs für die Norwegen U21 jetzt ist noch die Frage Balutza möchte möchte nicht es wird mich eigentlich gesagt ein bisschen wundern wenn er nicht möchte weil wenn jemand den Vertrag verlängert hätte ich es bei Blau erwartet aber er lässt sich Zeit aber ich ja gut ok so alles klar dann müssen wir uns jetzt entscheiden dann schauen mal kurz rein also wir haben hier 2,5 Millionen die jetzt vom Transferbudget abgezogen werden bei Blanc sind es 3,3 Millionen wir zahlen hier 6 Millionen und hier 4,1 wenn alles eintrifft hier sind 25.000 Gehalt plus diese Klauseln und hier sind es 22,5 Gehalt plus diese Klauseln Auflauf Prämie 7,5 zu 7 Tor Prämie ist bei Bayern mit Vorlagen Prämie auf 8,000 das ist nicht wirklich ein krasser Unterschied Berater 200,000 und hier also Blanc wäre ein mini mini bisschen teurer aber es macht dann schon fast nichts mehr aus nehmen wir mal den finanziellen Aspekt komplett weg würde ich sagen weil die beide gleich teuer sind so wir machen jetzt Post und Kontrast ganz einfach also wir schauen nach den Werten das ist falsch das ist richtig also dieses mal ist Aluzer grün wir haben einen Pluspunkt bei Blanc dass er dann schon technisch passend Tackling Deckung eigentlich überall besser ist mental eigentlich auch das ich würde sagen das sind zwei Pluspunkte für Blanc und Baluzer ist halt in nur ein paar Sachen besser Antizipation beispielsweise oder halt Abschluss Weitschüsse aber wie oft macht der Sechser halt einen Weitschuss kann ja Muna und Calvano haben das fast nie gemacht wenn dann macht das Randock ja also ist für mich kein Pluspunkt bei Baluzer Statistik da hat Baluzer jetzt wirklich den Pluspunkt pro 90 Minuten ist ein Pluspunkt steht 2 zu 2 jetzt Durchschnittswertung nehme ich auch so ein bisschen in die Statistik rein damit das nicht ein bisschen zu unfair wird so Baluzer kann die Position spielen aber nicht perfekt vielleicht wer weiß ob das noch was wird hat dafür aber einen guten linken Fuß Blau nicht das sind wieder so Sachen die da kannst nicht wirklich einen Gewinner raus sehen Position so ein halber Pluspunkt und dann linker Fuß gut anstatt schwach ist auch so ein halber Pluspunkt also das machen wir mal 3 zu 3 einfach und jetzt bei Baluzer großer großer Negativpunkt große Spiele sehr großer Negativpunkt also die der reine Scouting Bericht von Blanc ist besser aber ist das bei großen Spielen wirklich so schlimm bei Baluzer dass ich ihn raus nehme obwohl er halt so viele Zweikämpfe bestritten hat Hart Bielefeld zufällig gegen sehr starken Gegner im Pokal gespielt und da hat er auch gespielt ja da ist nicht wirklich gut wir können es leider nicht sehen bei Luzer oder Blanc der Spieler soll ungefähr zwei Jahre bei uns komplett stamm spielen dann wäre Blanc 30 von September 29 bei Luzer ist gerade 26 geworden Luzer kann sich noch ein bisschen mental weiter entwickeln definitiv mit 26 kommt das jetzt gerade erst der Gegenspieler eng sehr geil bestimmt das Tempo sehr geil hält spiel auf weiß ich nicht so dann haben wir bei Blanc bestimmt das Tempo ja ich will lieber ab als selbst zu schießen sehr gut dribbelt häufig nicht so geil was sagt mein Kopf ich hole Baluzer oder Mann es ist so schwer hält das Spiel auf ist das wirklich so geil für uns Persönlichkeit energisch Blanc hat relativ loyal ich hole Baluzer damit hat sich das hoffentlich war es das richtige aber ich denke mal ich glaube Baluzer wird geil werden ja ok könnt ihr mal in den Kommentar schreiben wen ihr genommen hättet Blau oder Baluzer ich glaube da werden viele Blau sagen einfach weil bisschen geiler ich habe mich jetzt für Baluzer entschieden Tackling Quote ist richtig gut er hat eine saustarke Saison gespielt ich schätze die zweite Bundesliga besser ein als die Ligue bisschen jünger und gefühl ist irgendwie ein bisschen besser und Bielefeld ist auch cool hoffentlich klappt es so sechser haben wir nächste Folge jetzt weiter holen und da sind mit der Entscheidung hoffentlich ein bisschen schneller bis dahin tschö